Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Age of Sorcery in Conan Exides. Ja, das neue Update ist draußen, Leute. Chapter 2, Kapitel 2 von Age of Sorcery. Gleich dazu. Heute machen wir definitiv die versunkene Stadt, Sanken City. Die ist ja hier gleich in der Nähe. Und wenn das jetzt zu schnell gehen sollte, haben wir hier noch eine kleine Mission. Und zwar, obwohl, da gehen wir jetzt gleich hin. Ähm, wir müssen auf irgendeiner komischen kleinen Halbinsel quasi tanzen. Das versuchen wir mal noch, bevor wir in das Dungeon gehen. So, und jetzt gucken wir mal kurz rein hier, Leute. Als ich vorhin das Spiel gestartet habe, nach dem Update, hatte ich hier Gesöfft der Toten. Äh, schauen wir mal in die Info. Beschreibung. Wer diesen Drang zu sich nimmt, kann einen schrecklichen Nebel erzeugen, in dessen Inneren sich blutrünstige Untote tummeln. Sobald ein Untoter den Nebel verlässt, zerfällt er zu Staub. Äh, das klingt interessant. Oder kam das nicht durchs Update und ich habe das irgendwie hier in dem letzten Dungeon bekommen. Ich weiß es nicht. Dann haben wir noch das hier. Drang der Ressourcensuche. Da gehen wir auch mal in die Info. Dieser Drang ermöglicht dem Trinker, sich auf seltene Ressourcen der natürlichen Welt zu konzentrieren. Um Vorkommen in seiner Nähe zu entdecken. Das klingt echt geil. Das ist eigentlich ganz cool. Ähm, die Frage ist halt, äh, was man damit entdeckt. Wir können ja einfach mal probehalber einen nehmen. So, Freunde. Passt auf. Äh, sonst, äh. Das Ding ist, ich habe halt nur acht Atemtränke. Ich bin jetzt nicht nochmal zurückgegangen. Ich habe auch keine coolen Speisen. Außer gekochter Fisch. Was auch neu ist. Jetzt steht hier bei diesen, bei diesen Symbolen steht hier irgendwas mit T3. Eisenkopfpfeil T3. Und hier bei der Rüstung hast du jetzt auch noch, äh, so ein blaues Hammer-Symbol. Äh, genau. Ich habe keine Patch-Notes gelesen. Äh, ich lasse mich einfach wieder überraschen. Beziehungsweise, ihr helft mir ja immer in den Kommentaren. Das finde ich auch super. Dass ihr da immer so fleißig seid und mir Hinweise gebt. Deswegen, äh, bin ich da ganz zuversichtlich, dass wenn offene Fragen sind bezüglich des neuen Updates, äh, habt ihr bestimmt die passenden Antworten. So. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Oh nein! Äh, Namensschilder habe ich aber an. Warum? Wartet. Einstellung. Gameplay. Namensschilder sind an. Huh. Guten Nachti. Ab ins Bett. Los. Ich mache nichts. Ich kuschel mit Affen. So. Ja, macht zu. Töchterlein geht ins Bettchen. Dann wird es auch Zeit für Bierchen, Freunde. Prösterchen. Jetzt. Okay. Also, passt mal auf. Gehen wir überhaupt Richtung Süden? Sind wir hier richtig? Naja. Wir müssen irgendwie hinter die Mauer. Äh. Der Affe kann nicht klettern. Ha, 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 ha. So. Dann gehen wir mal hier gucken. So. Unsere Sreis kümmern sich. So. Jetzt. Welche Halbinsel ist gemeint? Das ist eine gute Frage. Ist das jetzt hier schon dieses Stück? Wir gucken einfach mal. Wir gucken. Ganz in Ruhe. Ganz besonnen. Ei. Da gab es voll einen Kopf gehackt. So ein Frechdachs. Ich glaube, hier drüben ist wie so ein Weg, ne? Hallo. Grüß dich. So. Jetzt sind wir aber im Prinzip auf einer Halbinsel. Bin mir noch nicht sicher, ob ich hier richtig bin, Leute. Hier kommt auf alle Fälle Musik. Da oben ist einer. Ja, das könnte, das könnte hier richtig sein, Leute. Ich renne mal schnell hier hoch. Und seien meines Reis sind ja jetzt auf alles angreifen gestellt, dass die das Lager jetzt eh dort klar machen. Zumindest sah es gerade so aus, als wäre da ein Lager. Mit NPC. Vielleicht hat der eine oder andere noch einen Atemdrang für mich einstecken. Das wäre passend. Ah ja, guckt mal. Hier ist doch was. Hallöchen, proböchen. Hier ist der Beutel und begrüßt euch ganz herzlich. So, was haben wir hier? Nein, es ist nur Leuchtenessenz. Die brauche ich aber eigentlich für den Atemdrang, ne? Oh, was ist das hier? Halt. Was ist das hier? Lemurianische Kriegermaske. Die scheint episch zu sein. Mal gucken, was die kann. Wasserkugel brauchen wir jetzt nicht. Lass mal kurz schauen, was die kann. Oder kann ich hier im Inventar eigentlich einen Atemdrang herstellen? Ne, das kann ich nicht. Das wäre jetzt super gewesen. Ähm, wo ist denn die jetzt? Wo ist sie? Da. Äh, Stärke, Waffenschaden plus drei. Mittelschwere Rüstung. Okay. Bevor ihre Inseln während des Kataklysmus in den Fluten des Meeres versanken, waren die Lemurianer ein Volk von Seefahrern gewesen, was sich auch in dieser Rüstung widerspiegelt. Diese Maske verhüllt das Gesicht des Trägers, wenn dieser auf offene See ein Schiff kabert. Okay. Cool. So. Verdächtig sieht das hier schon aus. Da oben ist auch noch irgendwas. Ist hier noch was? Nö, sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal hier runter. Dann gehen wir mal runter, sprach der Gunther. Irgendwer schießt mir in den Rücken, ich seh ihn noch nicht. Äh. Ach, hier hinten. Ein Hinterhalt. Ein Hinterhalt von hinten. Atem dran. Lemurianische Kriegerbrustplatte. Ach, das ist das, was ihr mir mal ganz am Anfang erzählt habt, ne? Das ist dieser Spot, wo es diese... Wo man quasi schon am Anfang epische Rüstung bekommt. Der hat jetzt nüscht. Ah ja, cool. Haben wir das auch endlich mal gefunden. So, und hier soll ich dann tanzen vielleicht. Oi. Nicht so aggressiv, bitte. Hey. So. Ein Magier. Stoffturnister. Seite mit fehlgeschlagenen Zauberspruch. Super. Warte, den machen wir gleich auf. Was war drin? Karte. Naja, die Karte kennen wir ja schon. Warte eines toten Zauberers brauchen wir jetzt nun wirklich nicht mehr. So, hier haben wir noch den Rock. Und die Armschienen. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch die Beine. Dann haben wir die Rüstung komplett, Leute. Finden wir vielleicht hier. Wartet mal aber ganz kurz. Nein, genau, das wollte ich gerade nicht, du blöde. Äh, Puh. Komm mal hier runter. Du sollst mal jetzt auf nicht alles angreifen. So, wartet. Verhalten. Aktivität. Bewache mich. Genau. Du bleibst jetzt mal schön unruhig. Ähm, Verhalten. Nein, Quatsch. Aktivität. Bewahre mich. Ich will jetzt nämlich mal gucken, dass hier ein NPC ist, der gutartig ist. Äh, Pagode der unendlichen Lust. Ich glaube, hier sind wir genau richtig, Freunde. Ach so, hast du die, äh, die Füße einstecken? Nö. Oh, was hatten die da? Was ist Lust nochmal? Silberstaub. Na joa. Silberstaub nehmen wir mit. Schluss damit. Burser. Und hier haben wir die Stiefel dazu. Na guck, das haben wir alles zusammen, Freunde. Die komplette Rüstung. Äh, Seemannslieb der schwarzen Hand. Das kennen wir schon. Das ist ganz lustig. Hei, ei, 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 ei. So, was haben wir hier? Ist hier orgen was episches vorbei? Nö. So. Äh, wir müssen mal was essen. Nehmen wir mal gekocht, einen Fisch. Aber der bringt ja gar nichts, das scheiß Ding. Hm. Haben die ja alle nichts zu essen einstecken? Ist auch eine Schweinerei. Guck dran, der hat hier auch nochmal so einen Stofftornister. Was war drin? Karte eines toten Zauberers. Brauchen wir nicht. Was zu essen wäre cool. Hier ist auch nochmal. Wieder die Karte des toten Zauberers. Brauchen wir nicht. Und hier soll ich jetzt wohl tanzen? Können wir machen, Leute. Hier ist was zu lesen. Entspannen. Neue Emotes erlernt. Entspannen. So, muss ich hier auf dem Tisch tanzen? Oder wie ist es? Wir reden mal mit ihr. Okay. Okay. Freudenhaus von Der Keto lernen. Haben wir gelernt. Freudenhaus von Der Keto. Meine liederlichen Riten. Das ist so geil. Wenn sie nicht glauben, dass ich nicht bin. Aber ein Stück von einem, diese Kleriker sich an mir an. Ich küsse die Gelie aus der Kette. Und sie schreien. Und sie bewegen mir das wieder. Und sie sehen das Universum und ihre Gottes wie sie wirklich sind. Und sie schreien die Blatt-Blood, Krass. Sehr philosophisch, sehr erotisch. Da ist alles dabei, Leute. Der Keto ist meine Gottes. Von ihrer Tron von Horn und Böden, sie regiert über die Fertilität und die Unterwelt. In ihrer righte Hand, sie schreien eine Blatt-Blood. In ihrer lefte Hand, sie schreien die Schreien, Lust und Tod. Es gibt nur Lust und Tod. Die kleine Tod und die Endes. Der Keto ist die Gottes in mir. Durch sie habe ich das schreckliche Anerkennung und das lebende Klee entgegengete. Durch sie habe ich die Gedanken meiner Menschen um eine Orgiastik-Frenzie. Durch sie habe ich die lebende Bege gemacht, die totale Möne, und habe ein paar Schäden mehr Grund gegeben, als andere zu schreien. Okay, die hat ganz schön eh ein anderer Klatschen, muss ich mal sagen. Und die labert ganz schön viel. Ja. 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 Mann, 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 Mann. Ich meine, klar, für all die Leute, die halt dieses Conan-Universum kennen und auch das interessant finden, ist das ja auch was hier. Aber für mich ist das manchmal ein bisschen zu viel. Vor allen Dingen so mystisches Zeug kommt man ja gar nicht mit. Mein weiches Gehirn versteht das ja alles gar nicht. Ja, los, ran damit. Die redet echt bulgär, Wahnsinn. Aber ich kann dir die Wäsche, um die Twinserpente zu schocken. Auf deine Beine, auf die kosmische Lade, in meine Gehirn und Hände. Mit den Twinserpenten, Lust und Tod. So. Hat die das schon gesagt? Ja. So, okay. Und ihr hattet jetzt gesagt, ich soll hier tanzen? Hier drauf, oder was? Wartet mal, wie geht das mit den Tanzen? T? Ne, Q? Ne, E? Halt, angreifen, bewegen. Ne. Warte mal. Welche Tanzen? Ah, hier, R. Tanzen. Machen wir mal einen Bauchtanz. Ich kann in meinem aktuellen Status keine Emotes verwenden, lag das jetzt an der Axt. Oh, die labert und labert und labert. So, warte, Tanzen. Da passiert nichts, Leute. Also, entweder habt ihr mich veralbert, oder ich tanze vielleicht irgendwas Falsches. Hahahaha. Äh, keine Ahnung. Ich probier's hier nochmal. Wartet. Tanzen. Was können wir denn noch? Schlangentanz? Kitanischer? Ne, da passiert nichts, Leute. Oder gibt's hier noch irgendwas anderes? Entspannen? Auf dem Bauch schlafen? Auf linker Seite? Auf rechter Seite? Ne. Keine Ahnung, Leute. Äh, könnt ihr mir ja nochmal in die, äh, Kommentare schreiben, was ich jetzt hier verkehrt gemacht hab. Äh, meine Kehle ist ausgetrocknet. Dagegen gibt's ein Wässerchen. So. Naja. Würde ich sagen, Freunde. Lange genug rumgealbert. Wir gehen jetzt ins Dungeon. Sanken City. Wenn wir's finden. Haha. Also, ich weiß ungefähr, wo's ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Boot finden. Dieses kleine Ruderboot. Oh, hä. Es ist ja auch grad wieder dunkel. Hier ist auch ne Kante. Kanten sind nicht gut, ne? Wir müssen aber eigentlich runter, weil... Wir müssen ja... Äh, zum Strand. Meistens sind ja Ruderboote am Strand. Wir müssen's jetzt nur noch finden. So, warte jetzt. Aua, du Blödmann. Hau ab. Ich hab... Eine Mission. So, nur wo ist dieses Boot? Ja. Wir finden's. Wir finden's, Leute. Macht euch keine Sorgen. Dauert noch ein bisschen länger bei mir. Ihr kennt das. Hier muss es ja irgendwo sein. Da, 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 da. Ich seh's, Leute. Ich seh's. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Es ist ja, äh, lange her. Ich war ja damals, glaub ich, mit Gunder und Schatney in diesen Dungeon vor zweieinhalb Jahren. Ist ewig her. Ich weiß auch nicht, ob was Neues dazugekommen ist. So, zur versunkenen Stadtreisen. Sind wir jetzt gleich im Wasser? Ne. Ach, das war das mit so einer Insel. I remember, Leute. Ich erinnere mich. Hm, ich glaub, wir mussten irgendwo dort hoch. So, was ist das hier? Was... Ah ja. Diese tolle Lampe. Die verändert aber ihre Farbe. Hier ist irgendein Zeichen. Ich achte immer sehr drauf, äh, ob hier irgendwo interagieren steht. Aber nehmts mir nicht übel, wenn ich nicht alles erwische. Drücke E, um zu interagieren. Hier ist irgendwas, Leute. Aber wo? Ah, hier, guckt mal. Was? Nehmann. Die Prophezeiung des Erlösers. Der obere Wächter ist wachsam. Der Hauptmann der Tiefen bereit. Der Erlöser wird den Schleier der Zeit lüften und aus ihrem Gefängnis entkommen. Wenn sie kommen, wird Blut fließen. Wenn sie kommen, wird Blut fließen. Interessant. Grüß dich meiner. Ui, das ist der Schicker. Guck mal, was das für ein Hübscher ist. Das ist der Hübscher. Oh. So, jetzt Schluss. Oh, der macht Schaden. Oh, der macht Schaden, Leute. Okay, der ist bissl brutaler. Der steht total blöd an der Wand. Und... Okay. Getreue... Äh, was ist mit ihm los? Ah, hier haben wir die besagten Perlen, Freunde. Okay, er hatte gerade einen langen Po. Kann man hier auch irgendwas erlernen? Was ist hier mit ihm passiert? Oh, drücke eh, um zu interagieren. Ist hier was? Ah, ja. Nee. Hä? Kommt mal hier her, ihr Mädels. Ich kann da ja gar nicht drücken, wenn ihr dort rumhängt. Hallo? Bettina? Was ist denn nur mit dir? Kann ich dich umstellen? Kann ich dich umstellen? Nee, in einem Dungeon kann man euch nicht umstellen. Ja, keine Ahnung, Leute. Ich... Ihr... Steht, drücke eh, um zu interagieren. Aber es passiert nichts. Oder sehe ich hier noch wieder irgendwas nicht? Liegt hier ein Buch auf dem Boden? Dann bin ich denn nur doof? Nö. Also, ich spamme hier gerade die E-Taste. Aber hier geht nichts, Freunde. Naja, ich muss ja wahrscheinlich eh nochmal rein. Wegen Samt, ne. Scheiße, wo müssen wir denn überhaupt hin? Warte, hier war doch gerade was, oder? Nö. So, Freunde. Die Frage ist, da unten sind noch irgendwelche Freaks. Da gehen wir mal dorthin. Ich dachte, man musste hier von irgendwo runter springen, um... Also, um unter Wasser zu kommen. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so. Vielleicht... Nichts. Ach! Ach! Heeheh! Oh! 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 So, okay, Leute. Haben die hier Orgen was besonderes... Nö, sieht nicht so aus. Ist das jetzt hier schon das Dungeon? Wartet mal, wir gucken mal. Ja, hier ist was. Aber wir sind doch hier auf der Rückseite. Wir müssten doch eigentlich irgendwo dort vor. Sicher bin ich mir gerade nicht, Leute. Ich dachte, wir mussten damals von irgend so einer Anhöhe springen, um in dieses Dungeon zu kommen. Ich gucke mich hier lieber noch mal ein bisschen um. Ich meine, wir können... Ach so, hier in einem Dungeon kann man ja nicht klettern. Das ist so crazy. Weil das ja hier so gar nicht aussieht wie ein Dungeon, ne? Also hier waren wir gerade. Kann man hier noch höher? Ja, guckt mal, hier ist doch wie so ein Weg. Vielleicht ist das das, was ich meinte. Er schreit hier so. Brauchst du ein Wegkustenbonbon? So. Schade, dass die keine Atemtränke droppen. Das wäre ja noch richtig optimal. Ja, ich glaube, hier war das, Freunde. So, was hat der? Diese Rüstung. Okay, nix Atemtrank. So, dann klatschen wir den noch weg. Alles klar. Hier ist, glaube ich, die Stelle. Wenn wir jetzt hier reinhüpfen, dann müssen wir jetzt tauchen. Pass auf. Wir setzen uns erst mal die Atemmaske auf. Ich hoffe, ich habe sie noch. Ja, ist alles gut. Da ist er. So, Freunde. Seid ihr bereit? Ich bin es. Auf geht's. Auf geht's. Also, ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir immer so zickzack... Na ja, mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Guck mal da. Boah, ist das geil. Ist das geil. Ach so, schlau wäre es, so einen Atemtrank mal hier hinzulegen, ne? Ich schwimme erst mal hier komplett nach links. Um zu gucken, ob da was ist. Wir können ja jederzeit wieder hochtaugen. Wenn wir merken, es wird eng, können wir ja jederzeit wieder hochtaugen. Also hoffe ich. So, jetzt haben wir die Hälfte von der Luft fort. Tauchen wir mal kurz hoch. Kann man hier eigentlich noch weiter rausschwimmen? Wie groß ist dieses Dungeon, Leute? Hier sieht es aber nicht so aus, als würde das weitergehen. Ich will ja nicht riskieren. Nicht, dass hier wieder eine grüne Wand auftaucht. Und ich klicke aufs Maul. Also sterbe einfach. Orange noch Pykos, irgendwas. Das nehmen wir mit. Oh, wir müssen, wir müssen ein bisschen drauf achten. Naja, ich kann ja später nochmal in das Dungeon rein, ne? Wegen solchen Sachen. Ach, ist schon geil, ne? Das ist echt cool gemacht. Das ist echt cool gemacht. Und ihr hattet gesagt, hier gibt es überall so Drohnen und so. Ich finde es auch cool, dass es hier so Fische gibt. So, Freunde. Ich lasse die Atemmaske gleich auf. Hier wird schon nichts Schlimmes drin sein, oder? Drei Typen, die kriegen wir doch platt. Vorausgesetzt, unseres Reis sind mit dabei. Na ja, die kriegen wir schnell hier. Weil die immer wieder hinfallen. Hahaha, ist das cool. Ah ja. Jetzt kämpft Bettina auch wieder richtig. Und die tankt immer. Das ist so krass. Hallo, wo willst du hin? Lass die Leiche nicht entkommen. Ne, Mann. So, ah, zwölf Perlen hat er. Ich dachte, hier war immer sowas wie Schuppen oder sowas. Na, guckt mal. Dann kommen wir doch langsam an unsere Perlen ran. Was ist das hier? Mittelschwerer, mittelschwerer, harnig. Ich gucke natürlich hier in alle Ecken, Freunde. Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, schon seit einer halben Stunde. Aber läuft die auch wirklich? Hahaha. So, kann man hier was lernen? Ah ja, hier. Du hast neues Wissen erworben. Altes dem Moran, äh, Schwert und Schild. Cool. Sonst noch irgendwas hier? Nö. Gut. Na, das lief doch schon mal ganz klasse. Lass die Atemmaske einfach auf. Also vielleicht beim Endboss oder so, wo auch immer der ist. Äh, also wir sind dort reingehüpft, ne? Ich würde sagen, wir schwimmen erst mal da rüber, dann da runter, dann da hin. Naja, und immer so weiter. Die Fische sind echt geil. Aber mal ehrlich, ich sehe hier überhaupt keine Kisten. Ich glaube, da muss man sich echt genauer umgucken. Oh ja, oben sind sogar Haie. Krass. Ja, scheiß drauf. Ich bin ja wegen, nicht wegen Gold und Silber hier, sondern tatsächlich will ich einfach nur dieses Dungeon sehen und machen. Wenn wir hier ein paar Gold- und Silbermünzen verpassen, die hier in irgendwelchen Kisten sind, dann ist es halt so. Ist gar nicht schlimm. Oh, der sieht cool aus. Der hat einen schönen Po. Einen blauen Po. Hallo, blauer Po, Mann. Wie geht's dir? Oh, der hat Reichweite. Und der hat einen groben Rücken. Ich glaube, der müsste mal so ein Rückentraining machen. Alter, wo schießt du denn hin? Obwohl, die hat anscheinend doch getroffen. Wow. Okay, der Typ kippt nicht um. Aua, aua, aua. Okay, du bist stark. Ich seh's ja ein. Ich seh's ja ein. Falsche Richtung. Ich werde dein Herz ausbüren. Ich werde dein Herz ausbüren. Ah, ist schon krass, oder? Der Helikopter. Hol den mal aus der Wand raus, dort. Also, bisher gehen die Gegner, ne? Was hat der hier? Oh, eine Kletterstiefel nehmen wir mit. Äh, Rohr, Asche, Rohr. Jetzt wollen wir mal kurz reinhacken in den Bruder. Ah, der hat diese Schuppen. So, jetzt bin ich völlig überladen, Freunde. Wartet ganz kurz. Wir müssen uns kurz entladen. Achso, ne, gibt's denn nicht eine Schnelltaste? Ablegen. Hier, die Tierhaut, die kann auch raus. Oh, jetzt hätte ich fast diesen Trank weggemessen. Äh, einmal schuppen. Einmal schuppen, äh, schuppen ist nicht viel. Äh, Reißzahn brauchen wir auch nicht wirklich, Leute. Wir hauen hier mal alles raus. Was jetzt hier nicht wirklich wichtig ist, essentiell. Äh, gut. Gut, also, Atemtrank haben wir bisher noch nicht gebraucht. Das ist gut. Achso, gibt's hier wieder was zu lernen? Nö. Achso, hier kann man ja nicht klettern. Gibt's hier nichts zu lernen? Nö. Warum? Doch, hier, guckt mal. Äh, alter Lemuanischer Dreizack. Cool. Also, wenn ich irgendwas übersehe, schreibt's ruhig rein, Leute. So, wo wollten wir jetzt hin? Geradeaus nach unten, ne? Da. Oder ist das schon, äh, oder ist das der Boss? Man weiß es hier halt nicht. Also, wir sind jetzt schon hier gekommen. Da hinten ist auch noch was. Da, da, da. Oh, hier sind noch ganz schön viele Dinger. Hier sind ja noch ganz schön viele Dinger. Cool. Hier geht eine Fackel an. Wartet, wir gucken ganz kurz. Oh, was geht denn hier ab, Leute? Das könnte schon ein bisschen schwerer werden, ne? Das ist aber noch nicht der Boss. Ich glaube, der Boss war, der sah anders aus. Guten Tag zusammen. So, wartet mal ganz kurz. Äh, die beute ich gleich mal aus. Vielleicht haben... Ja, die haben auch diese Schuppen. So, schnell alles rausschmeißen, bevor der Boss, äh, loslegt. So, Arme waren hier dabei, ne? Männchenfleisch. Genau. Nogen raus. Also, kommt immer bloß einmal Schuppen raus. So. Anscheinend. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben schon vier. Ist doch was. Oh, ich glaube, ich ziehe das lieber aus dem Inventar. Ich habe das Gefühl, ich werfe hier immer welche, irgendwelche wichtigen Sachen. Äh, weg. Ach, ist das hier nicht irgendwie ein Gift-Scheiß? Ich glaube, das ist Gift, dieses Zeug, ne? Da darfst du nicht rein. Deswegen. Weg da, weg da. Du wirst vergiftet. Oh, der hat aber ne große Fischflosse. Oh, der macht Schaden. Ah, da kann ich mit meinen komischen Angriffen auch nicht, äh, nicht machen. Hm, ey. Oh, der ist doch hier. Okay. Okay, ich kann den Angriff doch machen. Ich muss bloß im richtigen Moment abrollen. Ja, ja. den haben wir auch gleich. Au. Au. Keine Ausdauer, Leute. Aufpassen, aufpassen. Jetzt nicht zum Schluss noch Scheiße bauen. Okay, den haben wir auch erledigt. Kurz aussaugen. Nee, da kommt immer bloß eine Schuppe raus. Also der erste Schlag zählt, der Rest ist dann einfach Ja, so, ich mach das jetzt lieber so. Das hier raus. Okay, 90%. Ist hier irgendwas? Ah, jetzt ist das hier aus, dieser, dieser. Das sieht echt aus wie so ein ähm, aus Alien, ne? Irgendwie so ein Antrieb oder so. Das ist krass. Ah, hier ist was. Dargons Odem. Neues Wissen. Hätte ich fast übersehen, das Ding. Obwohl man es eigentlich gar nicht übersehen kann, aber das, äh, ja. So, sonst ist hier nichts, ne? Die Schuppen haben wir mitgenommen. Wie viel haben wir? Fünfe mittlerweile. Ja, ich muss ja eh nochmal hier rein. So, von da oben sind wir gerade gekommen. Machen wir erstmal da unten rein. Ich weiß nicht, ob da noch was ist. Das sieht so aus, ein bisschen. Schwimmen wir erstmal hier rein. Oh, fuck. Atemmaske vergessen. Ja, ja, komm, das schaffst du, großer. Ja, komm, hör auf zu mummeln. Oh, nein. Jetzt hab ich noch einen Atemdrank genommen in letzter Sekunde. Boah. Okay, ich muss erstmal alten Fisch essen. So, jetzt sind wir erstmal satt. Ist hier irgendwas? Außer er hier. Ah! Mensch, ich hatte die Waffe... Hatte die Waffe nicht draußen, du Blödmann. Okay, ihr kümmert euch mal um den. Und ich lute in der Zeit die Kisten. Nicht, dass die wieder kaputt gehen. Hatten wir ja schon mal in so einem Dungeon. Da sind die Kisten kaputt gegangen und ich hab's nicht gemerkt. Oh, hier ist richtig viel Gold und Silber. Voll gemein, ne? Ich lute hier die Kisten und die Mädels machen die ganze Arbeit. Oder haben wir aber jetzt abgesahnt, Leute? Alter. 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 Was hat der hier? Eisen. Nee, Eisen brauchen wir nicht. Die Schuppen haben wir. So, die Kisten haben wir jetzt hier alle gelootet, ne? Da war gut was drin, ne? Also zumindest Silber und so. 19 Perlen haben wir schon. Silberbahnen, 6 Stück. Wie waren es gar nicht? Kam mir mehr vor. Ah, egal. Was wir haben, haben wir. So, Atemmaske ist auf. Okay. Von da sind wir gekommen. Das bedeutet jetzt, entweder haben wir noch das. Ah, hier drüben ist gleich noch was. Hier oben war jetzt nichts, ne? Das sah nur so aus. Da unten ist noch was. Da hinten ist auch noch was. Also hier ist echt noch genug. Die Frage ist nur... Ah, hier. Wie gesagt, wenn jetzt hier Kisten übersehen werden, nehmt mir das nicht übel. Die sind jetzt erstmal nicht wichtig. Gold und Silber kriegen wir auch an anderen Stellen. Da stresse ich mich jetzt hier nicht. Öh. Ekelhaft. So, kriegt man aus denen auch diese Schuppen? Ne. Kommt noch ein Wundsekret. Ah, stimmt. Da hattet ihr mir, glaube ich, was geschrieben. Weil hier kann man ein Wundsekret übelst fahren. Weil die so schnell wohl spawnen. so, okay, ich kümmere mich mal um, um Mr. Fischkopf. Au! Okay. Ey, der hat fast meine komplette Gesundheit runtergezogen. Wir müssen, glaube ich, den Helm wechseln. Mein Gott, diese Scheiß-Dinger hier unten. Äh, könnt ihr den Typen mal angreifen, Freunde? Der hat Agro auf mich. Ich muss erst meinen Helm wechseln. Okay, los geht's. Angriff! Okay, solange die tankt, kümmere ich mich hier um das Kleine. Das spawnt aber echt schnell nach. Bettina, was machst du? Kämpf den Typen! Aua! Fuck! Ey, der ist echt böse. Vielleicht müssen wir hier doch auf alles angreifen gehen. Also bei den Sreis. Alter, der macht echt Schaden. Kacke, ey. Okay, meine Begleiter sehen aber noch gut aus. Alles im Lot. Oh, okay, der ist echt mies, der Scheiß-Move. Der ist echt mies. Komm, mach'n Blatt! Ja! Alter Verwalter! Hier, erstmal das Schild lesen. Tiefseefücher haben wir gelernt. Okay, der war krass. Schuppen haben wir. Oh, Mann, 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 Mann. Ich hau' mal diese Rüstung auch raus. Die fristen wir zu viel, äh, die können wir uns ja wiederholen. Wir wissen ja jetzt, wo es die gibt. Ah, der war schon krass, oder? So, die Viecher ist hier noch irgendwas. Boah, Mann, 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 Mann. Hier, das ist nichts, ne? Ein Riesenfisch. Ne, gut, dann haben wir hier auch alles, Freunde. Dann gehen wir hier wieder raus. Atemmaske aufsetzen. Und los geht's. Los geht's, Freunde. Der war schon krass, ne? Der hat richtig... Was war das? Hä, was hat mich jetzt hier angegriffen? Haben wir jetzt so einen Zitteraal, oder was? Aufs Maul gekriegt. Und da unten ist auch noch was. Hier ist noch was. Hier ist auch mal die erste Truhe, die ich sehe. Gut. Ja, Atemluft reicht. Das passt schon mit der Maske. So, was hat er hier zu bieten? Ich mach mal kurz Pause, Freunde. Ich muss nämlich übelst Pipi machen. Wartet. Bis gleich. Ich hoffe, ich lebe dann noch. So, Freunde, da bin ich wieder. Hab mich gleich mal meiner Jacke entledigt. Denn wird's... Jetzt wird's hier heiß, denke ich. Jetzt geht's ja bald Richtung Boss. Der hier scheint aber noch ein kleiner zu sein. Dann geht's! Hey! Ich werde dein Herz ausbrechen! Sex, Red Hunting! Sex, Red Hunting! Der hat keine Chance. Da haben wir es schon wieder. Was ich halt krass finde, ist, dass sie halt mit ihrem Pfeil, die schießt ein Pfeil und zieht sofort die Agro, obwohl wir halt eigentlich viel mehr Schaden machen müssten. So, Schuppen haben wir. Dann lernen wir jetzt das hier hinten. Hier haben wir ein altes lemuranisches Aloe-Extrakt hier. Geil! Vielleicht ist das besser, als das, was wir bisher haben. Obwohl das ja auch schon gut ist. Okay, Freunde. Der war auch recht easy. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Eieee! Gut, dann schwimmen wir mal nach dort. Nach da. Wohl, guck mal. Ich glaube, wir sind hier durch. Hier ist nämlich nirgendwo mehr so ein Licht zu sehen. Wartet. Quatsch. Hä, wieso kannst du es nicht nehmen? Benutzen. So. Ich habe mal ganz kurz einen Atemdrang genommen. Ne, guckt mal. Drüben ist nämlich nichts mehr. Also ist das hier wahrscheinlich die letzte Instanz, ne? Wie lange hält dieser Atemdrang? Naja, mal gucken. Ich schwimme mal ganz kurz durch. Hier ist noch so ein krasser Graben, aber ich glaube, hier ist nichts. Ich schätze mal, hier kann man wahrscheinlich noch irgendwelche geilen Kisten finden und so. Gut, dann schwimmen wir jetzt zu dem letzten Ding dort. Da, ne? Ach, ist das geil gemacht. Auch die Sounds, ne? Übelst cool. Voll authentisch. Ach, hier ist so ein Zitteraal gewesen. Kann das sein, dass der mich vorhin bezittert hat? Nicht bezirrt, sondern bezittert. Okay. Ja, ich glaube, wir sind jetzt da, wo der Boss ist. Hier, das ist das mit diesen Toren, die man öffnen kann. Ihr habt mir geschrieben, lass es bleiben. Da ist zwar Gold und Silber überall drin, aber ihr kennt mich. Ich hab das Glück, beziehungsweise in dem Fall das Pech, dass wenn ich, äh, den Hebel ziehe, äh, dass ich dann da reingehe und irgendwie drinnen hängen bleibe. An einem Stein oder so. Und dann komm ich nicht mehr raus und dann war's das. Dann kann ich mich nur mit dem äh, mit dem mit dem Admin-Menü daraus holen. Und das will ich ja vermeiden. Dieser Helikopter ist so geil. So, wartet mal, Freunde, wie geht's dir eigentlich? Du hast noch genug. Du hast eigentlich auch noch genug. Alles cool, Leute. Müssen wir eh gleich nochmal. Denn hier ist die Spitzhacke. Okay, Tier haut raus. Also, der Hebel hier öffnet wohl diese Türen. Aber guckt, da ist eigentlich nur doch hier alles nehmen. Eigentlich nur Quep drin, ne? So, raus. Ah, die Srails, die sollten sich eigentlich boben, ne? Alter, Alter! Die macht irgendwie Schaden, Hilfe! Ich bin fast tot. Was ist denn das für eine? Ach, weil ich diese blöde Maske noch auf hab, hä? Kann das sein? Okay. Grüß dich. so, hat der auch diese Schuppen? Oh, warte mal, der hat auch eine, ne, Seemannslied der schwarzen Hand. Was macht eigentlich unsere Bogenkämpferin? So, sind alle wieder da? Oh, wieso hast denn du so wenig, was hast denn du gemacht, meine Kleine? Hier, heite ich mal. Was ist denn da passiert? Also, hier kommt man überall nicht rein. Ist das hier Giftschleim? Ich weiß es nicht, Leute. Die hat jedenfalls gerade ganz schön aufs Maul gekriegt, die Frau. Oh, der war schnell tot. Der war schnell tot. So, wer ist denn hier aufgestiegen? Stufe 16. Kann ich mal in dich reingucken? Wartet. Nein, Mann. Werte. Plus 15 Gesundheit. Vitalität. Na, das ist ja richtig geil. Aber die hat hier sehr, sehr ausgeglichene Werte. Nicht schlecht. Und du? Ist auch schon Stufe 15. Ja, die hat minus 3 Stärke, aber das ist ja nicht schlimm. Die hat halt diesen Mut-Bonus die ganze Zeit. Ich weiß halt nicht, ob Mut bei Sraels wirklich gut ist. diese kleinen Viecher sind echt nervig, ne? So, Schuppen. Schuppen. Hier komme ich nicht durch. Okay. Ah, jetzt brauche ich den Magiestab. Magiestab. Sascha? Ich erinnere mich. Ähm, Magiestab. So, jetzt müssen wir noch gucken. die Zauber werden in diesem Gebiet unterdrückt. Okay. Das ist schlecht. Dann müssen wir, wir müssen da rüber hüpfen. So. Der Zauber funktioniert hier nicht, Leute. Ich weiß nicht, warum. Aber guckt mal, man kommt hier auch relativ gut runter, wenn man sich... Ja, gut, der hat gesessen. Eiltrank nehmen. Richt hier so auf den Stein. Ja, das sieht gut aus, Leute. Wir sind beim Endboss gelandet. Wir sind beim Endboss gelandet. Oh, wir sind ja auch schon fast bei einer Stunde. Ich dachte, wir haben ja... Oh, ihr hattet mir geschrieben, nimm ein legendäres Waffenreparaturkit mit. Aber wir haben noch ein Drittel und dieser Fisch ist echt gruselig. So, machen wir erstmal die kleinen Typen weg, ne? Hier vorne. Okay, die jetzt de-tankt. Puh! Okay, Leute, ich muss mal ganz kurz... Ich helfe mal dir. Oh, 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 ist der andere tot? Äh, der macht so'n... Der macht irgendeinen Gift-Schaden. Der macht irgendeinen Gift-Schaden. Oh, ja, nicht in die Ecke drängen. Ja, nicht in die Ecke drängen. Okay, der ist schon mal tot. Wo sind meine Spitzhacke auf, wenn wir hin? Hier. Okay, die Mädels machen das. Ich vertraue denen. Ah, war. Ich komm nicht weg. Ich häng an Bettina. So, drauf. Oh, hat er mich wieder erwischt? Sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus. Jetzt kriegen wir Platz, oder? Ja. So, das war der erste Streich. Der zweite steht dort. 17 Sonne Schuppen haben wir schon. Wartet mal, ich schieße den mal an. Das ist ein Schuppen. Das ist ein Schuppen. Ja, die haben ganz schön viel HP und stecken ganz schön viel ein. Okay, kurz Ausdauer. Ah, der hilft, der haben wir runter. Ja, ach, gar kein Problem. Man hätte das Dungeon vielleicht wirklich nur mit dem Bogenschützen-Zrall machen können. Das wäre dann halt ziemlich lange gegangen, ne? Das war ja mein ursprünglicher Plan. Also nur 1-Rall mitzunehmen. Und das auch noch die Bogenschützen. Zack, und die zieht gleich wieder Akku. Das ist so geil. Boah, harter Brocken, ey. Harter Brocken, Leute. So, hat der eigentlich noch was? Ne, der... Wo bist du? Warte. Was sagst du? Ich muss erst Zeug entleeren. Dann können wir reden. Alter, wie viel Zeug... Ah, wie viel habe ich denn hier? So, und die Tierhaut auch noch raus. Die Arme raus. So, jetzt können wir reden, Großer. Was ist los? Was willst du uns sagen? Der Ritualhüter. Oh, die sieht gut aus. Sie hat schöne Haare. Wow. Nein. Nein. Okay. Ich hätte ein Schild mitnehmen sollen. Ich hätte ein Schild mitnehmen sollen. Oh, das war knapp, Leute. Jetzt müssen wir hier aber helfen. Jetzt müssen wir hier helfen. Das war so richtig knapp, Leute. Das war so richtig knapp. Also, macht die Schaden. Das war so richtig knapp. Okay, mit Schweißer ist es doch besser. Oh, alter war das hart. Was hatten die hier? Auge von Z. Krasser Scheiß, Leute. Die war echt... Die war echt knusprig. Weil die anderen, die hatten dann halt so einen Schaden noch gemacht, ne? Von hinten, das war echt krass. Boah, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Auch wenn ich irgendwas übersehen habe, Leute. Nehmt es mir nicht übel. Die Frage ist, wo wollen wir raus? Wollen wir in die Wüste? Oder wollen wir in den Dschungel zurück? Ich glaube, ich gehe nochmal in den Dschungel, Freunde. Mal gucken, wo es uns rausschmeißt. Krasser Scheiß. Da habe ich jetzt aber ganz schön... Achso, ne. Wir haben da hier bestimmt garantiert irgendwas übersehen, oder? Hier ist doch bestimmt was zu lernen. Das wäre ja der Kampf völlig umsonst. Obwohl, wir haben ja diese komischen... Das Auge von Seth bekommen. Hier gibt es doch bestimmt noch was, oder? Ach, hier. Aha. Dolche von Dagon. Sonst nix. Kann ich hier reinhüpfen? Ne. Gut, Freunde. Dann gehen wir mal hier durch. Ich kann mich erinnern, dass wir damals nicht rechtzeitig hier durchgegangen sind. Oder es war irgendein Bug. Und dann kamen wir hier gar nicht mehr raus aus dieser Halle. Boah. Kehle ist ausgetrocknet. Das war knüppelhart, Leute. Und wir sind direkt wieder hier am Dungeon gelandet. Könnten wir es im Prinzip... Kann ich es dann gleich nochmal machen. Offscreen. Äh, ja. Leute. Was für ein geiler Scheiß. Also wirklich... Ein sehr, sehr schönes Dungeon. Gut gemacht. War dann doch jetzt ein knackiger Endboss. Ich wäre fast draufgegangen. Habt ihr gesehen? Ich hatte nicht mehr viel. Das war sowas so knapp, weil dann die Bogenschütze noch in mich reingeballert hat. Wahnsinn. Cool, Leute. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann bauen wir... Oder mal gucken. Kann sein, dass wir noch nicht zum Bauen kommen. Vielleicht... Find ich hier noch irgendwas im Dschungel. Hier ist ja auch noch einiges zu entdecken. Ich glaube, so machen wir das, Leute. Für alle, die die Bauen geil finden... Äh... Nehmt's mir nicht übel. Ihr kriegt, äh... Die Leute, die auf Bauen stehen, die kommen schon nicht zu kurz. Alles klar, Freunde. Dann sehen wir uns morgen wieder. Noch auf einer kleinen Abenteuerrunde. Hier diese Ecke freischalten. Ähm... Ja. Ich freu mich auf euch. Haut rein. Ciao.